Es bleibt drei Masse kommen zu einem neuen Part Cloth to die Modern Warfare, nein nicht Modern Warfare, Infinite Warfare, Versprecher vor drin. Ja wir haben uns gedacht wir spielen mal eine Runde EW, ganz entspannende Runde Team Deathmatch. Und wir haben uns beide aufgefallen, dass momentan EW Spaß machen kann. Untenrum. Auch. So. Okay. Was spiele ich denn auf der Map? Am besten eine Waffe. Ja welche? Oh ich glaube. Ich glaube ich werde die NV4 spielen. So zwei Nesten nähern uns Einsatzgebiet, unterstützen unsere Einheiten. Ich glaube IW habe ich auch noch nicht so viel vorher gemacht. Ich glaube das ist jetzt meine dritte die ich raushaue. Weil es mir am Anfang nicht so viel Spaß gemacht hat. Habe ich gesagt. Aber wir haben es letztes Mal wieder probiert ne. Und das haben wir gemeint, das kann man eigentlich schon noch wieder zocken. So hier vorne rechts steht meistens einer. Erstmal Granat ins den werfen. So hier. So. 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 Sooo. So. So das ist das first Teil ja noch sehr nutz. doch los ich hab sie pech noch 6 3 kann sie 6 4 kann sie sehen lassen ich muss gestehen die ewes finde ich nicht so gut obwohl es eigentlich zwischendrin geschapierungen gibt aber jetzt gerade jogg ich richtig hart rein aber hier ist es halt so dass er halt wirklich in alle richtungen gucken ist weil sie wirklich immer verdienten können ja gut ihr habt seid auch nur die spezialisten schweigert boah dega ich krieg auch nur assist also warum warum hier ist mein team kamerad nicht aber lässt den einfach so einfach nur vorbei feindliche drohne in eurer nähe jawohl er stoppt wenigstens richtig diga alter boah ich peil die gerade alle recht spät erst wie kann die alles um so spawnen bin ich bei der auch gerade rum ja der war gerade bisschen leckig weil man sich ja bei ew manchmal nicht verstehe ich bin um die ecke schon und ich sterbe trotzdem noch ja vor allem ich bin gerade gespawnt ganz unten hier am keller und was war das ende von hier ich bin gestorben weil da gleich hinter mir war ich bin zwei meter gelaufen und dann war ich es das ist eigentlich nicht so abfuck also leute auch mal nochmal bei ew achte ich überhaupt nicht so auf dieses scheiß gobert weil mir das völlig egal ist mir geht uns einfach nur im spaß oh weil sonst fuck dich das so ab ja hier machst du dich hier kannst du dich rein nervlich fertig machen hier ist eine depression ja hier kannst du auch gar nicht irgendwie richtig gut spielen oder sowas weil wenn du die lobbies hier so anguckst die kommen ja wirklich von überall mann du willst du allrounder oder solche Sachen sein ja ja oh du presst ja halt das game 4 und dann das 7 ja ok na jetzt jetzt kill ich gerade selber gut das da da sind wir die 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 Ja, ich bin halt wieder last kill, ich hab 6 Assists gegeckt, das ist eigentlich schon heftig, du genauso, heftig. Mission gescheitert, das wird nicht noch einmal passieren. Gut, die Map blickt mir auch nicht so, muss ich gestehen. Ich find's aber eigentlich ganz cool. Ja, an dich ist die Map, also nicht schlecht, aber für mich ist die zu klein, also da ist mir zu viel Hektik drin. Oh, ich hab mal Anhänger gekriegt. Gehen Sie sich das an! Neue Befehle von einem Aussteiger. Kann ich die hier drauf packen? Tatsächlich. Tatsächlich? So, Mayday oder Priscil? Das ist auch nice. Was halt bei IW geiler ist, du hängst halt nicht ewig in die Lobbys rum, das ist relativ kurz gehalten. Das geht halt relativ schnell. Du hast, gut, du musst halt deine... Warte, 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 das war doch bei Ghost, war das doch genauso, he, dass das übel schnell ging. Mhm. Das einzige, was du da machen musst, wirklich, weil das schaffst du gar nicht. Wenn du die Klasse umstellen willst, musst du da wirklich mal rausgehen, weil das schaffst du gar nicht. Mhm. Aber find ich cool so. Ja. Na, du kommst halt schneller zum Spielen. Okay. Maße plus nicht zwölf. Oh, das war zum Team, Gott sei Dank. Die Mission hat Freigabe. Legen wir uns mit der SDF an. Ja, also ich finde die Map eigentlich ganz stabil. Das ist so eine Map, die ich sage, versuche ich sehr gerne zu spielen. Oh, die ist als Achill gehalten. Na, eben. Na, cool, jetzt hab ich mir Anhänger dran. Hier, gib mir mein Money. Ja, ich hab ja, kannst du auch diese Animation machen, find ich auch cool, diese Gesten so am Anfang. Ja, ich hab aufgehört zu schießen, weil ich dachte, er ist schon tot. Drohne. Sehr gut, Digga. Hm, stabiler Zweikampf. Stabilus move easy. Ah, okay. In dem orangenen Raum ist da einer drin. Na, der weiß wo das ist. Na, der weiß wo das ist. Ne, sorry. Kein Ding. Digga, hier ist doch schon wieder einer drin. Hm, die hab ich mir gegönnt. Hm, ich hab nur ein Asset gekriegt. Ey. Achtung, links drinnen. Ja, die hat mich schon geholt. Das ist der orangenen Raum, den ich gemeint hab. Ah, das ist das. Also sag einfach Büro. Weiß ich dann gar nicht mehr anzufangen. Hä, wo war der? Ach, der liegt da. Ne, hab ich gar nicht gesehen. Na, ich dachte ah, dass der tot ist. Ich hab aber einfach mal drauf geschossen. Weil die roten Nahrungserkennungen, die kommen sowas von spät. Wer ist da noch drin, ne? Ja, der hat mich grad gefragt. Da steht halt wie so ne Litwa-Säule, als der das bezahlt kriegen hinter dem Ding. Boah, die haben alle die Fallout, alter. Ist so krass. Ey, das sind die zu dritt vor mir, ja. Aber ich bin nicht negativ. Da kam, bin ich schon. Das gefällt mir. Boah, fast ein Double Kick geholt. Aber hier spiele ich bloß. Ja, die Map gefällt mir auch besser. Die kommen ja auch nicht immer so zu dritt oder so vor ekeligen Ecken. Das ist ganz cool. Ja. Ist halt noch ganz chillig gehalten. Was? Ja, die haben mich zu sch... Das war grad richtig unlogisch, wie wir an der Wand gelaufen sind. Ja. Ich hab mich einfach zu dem festgestellt. Das ist so weit, hoffentlich zu kommen. Feindliche Drohne. Die helft ist geschafft. Weiter. Feindliche Drohne in eurer Nähe. Der Feind hat ein Drohnenpaket. Fak, schade, ich wollte grad bei Sänger klauen. Digger, Alter, warum stehen denn die immer nur die Steinklöcke? Das macht doch keinen Spaß, wenn die da nicht so rumgangen sind. Können die nicht einfach mal, dafür haben sie ja zwei Beine, einfach mal loslaufen. Ist das ernsthaft zu viel verlangt? Da steht auch, wie an die Wurzeln würde. Ich glaube, den hat niemand viel gebraucht, bis er stürzt. Boah, der hat mich fliegt. In der Kamera. Alter, das ist eng aus, krass. Jaja, der hat aus der Kiste gezogen. Ja, der hat mich jetzt fast geklaut. Feindliche Walsche im Kampfgebiet. Wie er schon auf mich wartet noch? Schon richtig frech. Also ich muss sagen, das erste Sturmgewehr, wenn der Kiste mit Dings spielt, mit Vollmantel oder was das ist, das ist einfach besser. So, Skarabeus ist da. Oh, schau, der hat nicht mal viel zum Versänger gefehlt. Was, Alter? Dann hauen die immer so lange, bis die ihre Spezialwaffen immer so alt kommen. Schade. Aber ich habe Streaks erreicht, da bin ich schon stolz drauf. Also ich glaube, ein richtig hohes Streak oder sowas kannst du ja glaube ich nicht so schnell machen. Ne, da brauchst du echt. Da müsste das auch öfter spielen. Wenn wir das so zwischendrin spielen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering. Aber es macht halt dennoch ein bisschen Spaß, muss ich sagen. Ihr seht, wenn der Kiste mit den Kiste auf den Kiste durchsetzt werden kann. Ich weiß nicht, dass du jetzt mal kurz bestraust, weil ich vielleicht nicht so leicht einst. Wie ist das Kartoffel? Okay, wenn ich so weit Sentier habe, desto rein? Und dann werde ich den Kiste damit zurückgehen. Und dann werde ich den Kiste auf die Ölmne. Das ist klar. Zertag ein bisschen, wenn ich gefeuert, weil es das so schnell einspft. Weil es so lange nicht oft passieren können. Aber lasst dich vom Rettungsdruck-Gateien. Ah, ich hab Skarabius. Die Drohne ist da. Skarabius ist auf. Oh, die Xeon oder wie die hier ist, die Waffe, die ist aber gar nicht schlecht. Hab ich noch nicht gespielt, hab ich gesagt. Die hab ich gerade aufgenommen. Ah, ich glaub ich bin Last Kill wieder. Ich bin irgendwie immer Last Kill. 22 für 15, aber ich hab eine Stabilrunde gespielt. Ah, ein Last Kill, ja. Mission gescheitert. Nächstes Mal sind wir besser vorbereitet. Hauptsache mit so einem Bon Titel, Alter. Hm. So, dann würde ich sagen, ich hab euch jetzt gefallen. Längen, komponieren. Abonnieren und nicht vergessen. Ich hol's die nächste Pause wieder festhalten. Tschüss. 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 Tschüss.